Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Lea Schüller glänzt, DFB-Frauen besiegen Island in der EM-Qualifikation. EM-Qualifikation Schüller glänzt hervorragend. DFB-Frauen behaupten sich gegen Island. In einer beeindruckenden Leistung hat sich die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen Island in der EM-Qualifikation durchgesetzt. Unter der überragenden Performance von Lea Schüller haben die DFB-Frauen die nordische Konkurrenz klar besiegt. Schüller, die für diese Begegnung eine herausragende Form bewies, erzielte nicht nur ein Tor, sondern war auch in mehrere Schlüsselmomente des Spiels involviert. Ihre geschickten Pässe und umsichtige Spielführung erwiesen sich als entscheidend für den Erfolg der deutschen Mannschaft. Zusätzlich zu Schüllers glänzender Darbietung zeigte das gesamte DFB-Team eine geschlossene Mannschaftsleistung. Defensive Sicherheit kombiniert mit gefährlichen Angriffen sorgte für einen zufriedenstellenden Auftritt der deutschen Mannschaft. Island, bekannt für seine robuste Spielweise, konnte den deutschen Frauen keinen entscheidenden Widerstand entgegensetzen. Zwar zeigten sie einige gute Ansätze und waren keineswegs ein einfacher Gegner, konnten jedoch die raffinierte Spieltaktik und die überlegene Technik der DFB-Frauen nicht überwinden. Das Ergebnis bringt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft einen Schritt näher an die EM-Qualifikation und hebt die Bedeutung einer starken Mannschafts-Performance hervor, insbesondere in Hinblick auf Schlüsselspielerinnen wie Lea Schüller. Diese bemerkenswerte Leistung wird sicherlich das Selbstvertrauen der deutschen Mannschaft stärken und dürfte nachhaltige Auswirkungen auf ihre Strategie und Spielweise in den bevorstehenden Begegnungen haben. Wir sehen also einer spannenden Fortsetzung des deutschen Fußballerfolgs in der EM-Qualifikation entgegen. Quellen DFB UEFA, geschrieben von Anita Farke, Dienstag, 9. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Elter Kamprog breeding D�� Kamprog management Wir sehen es uns zum nächsten Mal, People Red Smakers Also über die Frage, die Frage ist Ist, was du Exchange